Herr Präsident! Verehrte Kollegen! Liebe Gäste im Deutschen Bundestag! Knapp 90 Milliarden Euro, so rechtet der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft vor, hat uns 2014, 2015, 2016 die Sanktionspolitik gekostet. Aber jetzt kommt es. Eine der führenden Ratingagenturen Moody's hat vergangene Woche berichtet, dass sie die Bewertung Russlands anheben werden. Sie hat die Zukunftsaussichten Russlands in der Wirtschaft auf positiv gestellt, und das vor dem Hintergrund, dass sich der Öl- und Gaspreis in den letzten Jahren halbiert hat, wenn das Land trotzdem auf Wachstumskurs ist. Damit, meine Damen und Herren, mit diesen Zahlen und Fakten ist die Sanktionspolitik des Westens und der Bundesrepublik Deutschland gescheitert. Ende! Das ist die klare Botschaft, das sind die Fakten. Und das ist der Zwischenstand einer seit Jahrzehnten verfehlten Russland-Politik. In den 90er Jahren haben wir zugelassen, dass eine Finanzmafia das Vermögen Russlands ausgebeutet hat, keinen Mittelstand entwickelt hat. Ich habe da oben als Parlamentskorrespondent der ARD gesessen, als Wladimir Putin 2001 Ihnen eine Rede gehalten hat und beide Hände nach Deutschland ausgestreckt hat. Ich habe auch, meine Herren von der Union und von der FDP, Ihre geringschätzige Reaktion damals wahrgenommen. Sie haben dann eine Erweiterung der NATO nach Osten gefördert und ihr zugestimmt in einem Maße, dass natürlich Russland irritiert sein musste. Es ging ja immer weiter. Wir haben damals noch darüber verhandelt, ob das Gebiet der DDR zur NATO gehört. Und plötzlich marschieren Sie Richtung Ukraine. Und Sie verheimlichen der Bevölkerung in Deutschland, dem deutschen Volk, um es klar zu sagen, dass wir in dem Assoziierungsabkommen mit der Ukraine ja eine militärische Präambel drin hatten, die eine weitere enge Zusammenarbeit der Ukraine mit dem Westen im Sinne hatte. Und dann wundern Sie sich oder haben sich gewundert, dass der russische Bär reagiert. Nein, das war eine Einmischung in die russischen Sphären, in Ihre Interessensgebiete, wie wir es hätten nicht zulassen dürfen, meine Damen und Herren. Und dann muss es auch die deutsch-amerikanische Beziehung aushalten. Dass wir, wir leben ja in einer multipolaren Welt und Frau Merkel hat inzwischen auch erkannt, dass wir nicht immer amerikanischer Meinung sein müssen. Dass es vielleicht Interessensgegensätze zwischen Europa und den Amerikanern in diesen Weise gibt. Wenn ein amerikanischer Präsident, in diesem Fall Herr Obama, von Russland als Mittelmacht spricht, dann ist das ein Schlag ins Gesicht Moskaus, meine Damen und Herren. Und das zeigt die Geringschätzung der Amerikaner gegenüber der großen russischen Nation. Dann kann das nicht im Interesse Europas sein. Die haben eine Badewanne von über 4.000 nautischen Meilen zwischen sich. Das sind unsere unmittelbaren Nachbarn. Da muss es im deutschen und im europäischen Interesse sein, einen Ausgleich und einen Frieden mit Russland zu schaffen. Und den werden wir nicht durch Sanktionen erreichen. Machen wir also unseren amerikanischen Freunden klar, dass wir im deutschen und im europäischen Interesse eine andere Politik mit Russland machen wollen. Übrigens, bei der SPD müsst ihr mir sofort zustimmen. Denn Herr Barr und Herr Brandt haben ja nicht von einer Politik Wandel durch Sanktionen gesprochen. Das wäre ja völlig neu. Sondern Wandel durch Annäherung sind wir gut beraten, auf diesem alten sozialdemokratischen Kurs zu bleiben. Machen wir, meine Damen und Herren, Realpolitik im deutschen und im europäischen Interesse. Behandeln wir Russland auf Augenhöhe mit Respekt und Anerkennung. Wie ist das russische Volk, nicht nur Herr Putin, das russische Volk, um bei der Goal zu bleiben, ja, das große russische Volk verdient. Beenden wir diese Sanktionen. Ich höre aus der FDP einige Stimmen, die auch damit unzufrieden sind. Dann lassen Sie uns vielleicht gemeinsam, meine Herren Liberalen, auch diesmal einen Linkenantrag, der nicht aus unserer Argumentation kommt, unterstützen. Lassen Sie uns die Sanktionen schleunigst beenden, zum Wohle und zum Frieden Europas, zum Wohle unseres Landes und auch zum Wohle der großen russischen Nationen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank.